Norddeutscher Rundfunk 2021 Claudio, gib mir mal Toni das Telefon. Was ist nicht in die Schule gekommen? Ich weiss nicht mehr wo zu suchen. Ich bin Toni seine Lehrerin. Der ist wie vom Erdboden verschluckt. Toni, lebe! Die sind ganz sicher. Das gleiche Papier, die gleiche Tinte. Die Kinder sind tatsächlich beim letzten Vollmond verschwunden. Eine dramatisch ironische Geschichte über die Befindlichkeit der Schweiz. Mama, sag doch etwas! Unser Schweizer Film der Woche. 5 nach 8 auf S1. Willkommen zu Hause.